Herzlich willkommen, liebe Leute, in meiner kleinen Fortsetzung zu meinem Food Haul. Ich habe ja noch nie einen Food Haul gemacht, aber jetzt ist er raus. Also ihr habt jetzt zum ersten Mal gesehen, was ich so einkaufe. Ich habe ja auch schon ein paar Ernährungsvideos gemacht. Und dieses Video soll jetzt eine kleine Ergänzung sein. Ich habe jetzt gerade den Food Haul veröffentlicht und zeige euch jetzt, was ich aus den Zutaten gekocht habe, die ich da letztens eingekauft habe. Ich habe es leider nicht geschafft, jeden Tag alle Mahlzeiten zu filmen. Das fand ich einfach ein bisschen zu schräg. Aber ich habe die Hauptmahlzeiten auf jeden Fall gefilmt. Ich habe auch einmal mein Frühstück gefilmt, sodass ihr jetzt sehen könnt, im Großen und Ganzen, was ich daraus gekocht habe. Aus den Nüssen, aus dem Fleisch, aus den Kartoffeln, aus dem Gemüse, aus allem, was ich da gekauft habe letztens. Also wenn ihr jetzt gerade neu reinschaut, dann schaut vielleicht eher zuerst den Food Haul an, also in welchen Läden ich war und was ich gekauft habe, weil das ist jetzt eigentlich nur die Fortsetzung davon. Aber wenn euch gesunde Rezepte allgemein interessieren, dann seid ihr auch richtig in diesem Video. Wir fangen gleich direkt an. Ich hatte ja gesagt, dass ich so viele Champignons gekauft habe. Drei Packungen waren das, glaube ich. Und daraus habe ich gleich am ersten Tag ein Gericht gezaubert. Und das war eine richtig, richtig schöne Champignons-Pfanne. Also schaut mal rein, wie ich die gemacht habe. Ja, als erstes habe ich Zwiebeln klein geschnitten, relativ vieles sogar angebraten. Dann kamen die Champignons dazu. Ja, die dünstet man dann zusammen eine ganze Weile an. Derweil habe ich dann schon mal Kechererbsennudeln kochen lassen. Dann den Solo-Knoblauch geschnitten. Der kam dann da auch rein. Das Ganze weiter lecker köcheln lassen, anbraten lassen. Eine halbe Packung Frischkäse oder war es eine Dreiviertel habe ich auch rein, damit es richtig schön sämig wird. Die Nudeln waren dann ganz schnell fertig. Köchel, köchel, köchel. Da gab es dann noch ein bisschen Sojasauce dazu. Natürlich kann man das Ganze dann mit Gewürzen abschmecken, wie man das so mag. Hat ja jeder einen anderen Geschmack. So weiter köcheln lassen, bis es dann so eine richtig schöne Soße gibt. Auf jeden Fall Petersilie obendrauf und einen leckeren Salat dazu, weil die Vitamine müssen ja auch sein. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man noch Schnittlauch oder Petersilie obendrüber hat. Ja, und dann guten Appetit. Das war das erste Essen, was ich damit gekocht habe. Ein Frühstück ist eher unspektakulär. Einfach Linsenwaffel mit Frischkäse drauf und Knoblauch. Aus immer wieder anderen Zutaten backe ich mein Saatenbrot. Was immer reinkommt, ist Haferflocken, Leinsaat, geschrotet, Sonnenblumenkerne manchmal. Und heute habe ich mal noch geraspelte Möhre mit rein und Sesam, den ich ja auch gerade gekauft habe. Aber andermal kommen auch Nüsse mit rein. Dann lasse ich auch die Möhren weg. Je nachdem. Natürlich noch Salz, kochendes Wasser. Und das war es dann schon. Und diese Masse, die streiche ich dann immer auf dem Backpapier. Deswegen musste ich jetzt auch nochmal Backpapier kaufen, weil das ist natürlich jedes Mal dann durchgeweicht nach dem Backen. Muss ich jetzt mal ein neues nehmen. Aber das Brot wird ultra lecker. Das ist wie so ein Knäckebrot. Wenn das dann gebacken ist, nehme ich das vom Papier und röste das nochmal. Entweder auf dem Rost oder im Toaster. Also wichtig ist, dass man das halt nicht zu feucht und schön dünn hier auf dem Backblech verteilt. Und ja, dann bäckt man das. Mehr muss da echt nicht rein. Salz, Saaten und Haferflocken ein paar, damit es klebt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ultra leckeres Rezept ohne Weizen. Und wenn es dann noch warm ist, dann wird es geschnitten auf dem Blech. Und ja, kann man essen wie Brot ist, aber kein wirkliches. Also es ist kein Weizenmehl drin, kein Roggenmehl und auch kein Dinkel. Also diese ganzen Mehle weglassen, das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt entdeckt habe. Und was mir sehr gut tut, auch zum Abnehmen. Mhh, ist das lecker. Scheinbar hat hier schon eine kleine Maus gefressen. Keine Ahnung, wer das war. Also das Brot ist fertig. Das mit den Möhren ist richtig lecker. Wenn man wenig Haferflocken dazu tut, so wie ich jetzt diesmal, dann klebt das Brot nicht so gut zusammen. Dann kann es passieren, dass das hier am Rand ein bisschen zerbricht. Aber ansonsten einfach super lecker. Ich mache mir da Aufstriche drauf. Ich mache mir da Frischkäse drauf. Das hält auch ein paar Tage. Das kann man auch einzeln dann nochmal im Toaster sich warm machen, wenn man das morgens als Frühstück isst. Mega gesund, Leute. Wegen der Leinsaat. Ölleinsaat ist total gesund. Ballaststoffe und so weiter. Und Sonnenblumenkerne sowieso. Und ja, einfach ein gesundes Frühstück. Selbst gemacht. Mhh, nom 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 nom. Grokkoli, den koche ich nur ganz kurz. Jetzt mache ich ihn schon wieder aus. Gießt das Wasser ab und daraus machen wir heute einen ganz leckeren Gemüsesalat. Gemüsenudelsalat. Ich habe nämlich noch Kichererbsennudeln von gestern. Und ja, die Kichererbsennudeln zusammen mit dem Brokkoli geben dann einen Salat. Ja, die Restebeilage ist dann jetzt heute ein Nudelsalat. Wie ich gerade schon gezeigt habe, den Brokkoli habe ich nur kurz gekocht. Und da sind jetzt die Kichererbsennudeln von gestern und auch die restliche Pilzsoße mit drin. Aber ich habe dann auch noch ein bisschen Mayo dazu. Und getrocknete Tomatenstückchen sind hier drin. Dann eine Gewürzmischung. Ja, und ach so, ich habe ganz viele saure Gürkchen noch rein. Genau, Kräuter. Und das ist jetzt halt ein Reste-Nudelsalat. Ja, heute dann ist es ziemlich unspektakulär. Einfach Hühnchenflügel, dieser Nudelsalat, den ich euch gerade gezeigt habe. Und ein paar Tomaten. Das ist unser heutiges Mahl. Wir wünschen einen guten Appetit. So, und weil wir jetzt alle irgendwie Bock auf was Süßes haben, draußen regnet es, habe ich jetzt beschlossen, dass ich noch so etwas Ähnliches wie Nussecken mache. Ich habe dafür auch gar kein Rezept. Ich habe jetzt einfach noch ein bisschen Margarine gehabt. Normalerweise würde ich Butter nehmen, aber die Margarine hatte ich jetzt noch da. Ich glaube, die war auch auf dem Foodsharing. Ja, und die habe ich jetzt geschmolzen. Dann habe ich Haferflocken dazu, ein bisschen Salz und Erythrit als Süßungsmittel. So, jetzt kommen da noch zwei Eier rein und Kokosmehl. Das ist ja so schön, weil wir die eigenen Eier von den eigenen Hühnern haben. Ja, da habe ich sozusagen den ganzen Winter immer zwei, drei Eier jeden Tag. Viel legen sie gerade nicht. Ja, also jetzt muss man halt irgendwie so schauen, dass man so eine Bodenmasse für diese Nussecken oder was ich da jetzt, Nusskuchen, was auch immer das werden soll, dass man so eine Bodenmasse hinzaubert aus Haferflocken, Kokosmehl. Ja, noch ein bisschen Kokosmehl. Und dann streiche ich das jetzt hier in diese Form. Die habe ich schon geölt. So, den ganzen Boden habe ich jetzt hier schön reingedrückt. Das wird jetzt der Untergrund. Ja, und dann für die Masse obendrauf mit den Nüssen, da habe ich jetzt hier schon mal die Nussmischung, die ich gekauft habe, hier reingefüllt. Die werde ich jetzt schreddern. Vielleicht zweimal so ein Gefäß voll. Dazu mache ich hier noch Mandeln, die habe ich noch da. Und Vanille. Und dann brauchen wir zum Süßen vielleicht noch Dattelsüße. Das muss ich gleich mal gucken. Und dann kommt hier auf jeden Fall so eine schöne Masse obendrauf. Irgendwas Öliges muss auch noch dazu, damit das ganz ein bisschen zusammenhält. Ich denke mal, ich nehme Dattelsirup und einen kleinen Schuss Öl oder Hafersahne. Das müssen wir gleich mal gucken. Jo, also ich habe mich jetzt entschieden. Die Nüsse sind jetzt hier gemahlen. Die Mandeln sind jetzt hier auch drin. Vanille. Dann habe ich jetzt allen Dattelsirup, den ich noch hatte, hier reingekippt. Und dazu noch Stevia-Erythrit-Pulver. Zum Süßen dann zwei Eier und einen kleinen Schuss Öl. So, das habe ich jetzt hier rein. Rühre ich das um. Dann kommt das hier auf den Boden drauf und wird dann gebacken. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das ist jetzt wieder mal so ein selbst erfundenes Rezept. Einfach Nussecken selber machen aus dem, was da ist. Nüsse habe ich immer recht viele. Wir essen die auch so ganz pur, ganz gerne. Aber gerade haben wir alle Lust auf irgendwie so was Kuchenmäßiges. Und ja, hier ist jetzt halt dieser Zucker. Der hat natürlich Kalorien, die Dattelsüße. Aber Stevia hat natürlich keine Kalorien, sodass das Ganze insgesamt sehr abgerundet schmeckt. Schmeckt jetzt auch überhaupt nicht nach Stevia, weil die Dattelsüße das natürlich auch nochmal ausgleicht. Ja, Kalorien hat es natürlich durch die Nüsse und so. Aber eben halt keine schnellen, also keine schnellen Kalorien, die jetzt so ganz schnell ins Blut gehen, sodass man einen hohen glykämischen Index hätte. Also das ist jetzt eher sehr vollwertig und sehr nahrhaft und hat bestimmt auch viele Kalorien, aber eben nicht so, dass man das ganz schnell ansteigende Blutzuckerspiegel hätte. Das ist mir immer wichtig, dass die Sachen halt irgendwie langkettig sind und nicht kurzkettig. So, und jetzt bin ich dabei, das Ganze hier zu verteilen. Wen es interessiert, ich habe hier diesen Dattelsirup von Enerbio Rossmann genommen. Der ist jetzt gerade leer geworden. Da war noch irgendwie so viel drin. Und weil das immer so schwer rausgeht am Ende, habe ich nochmal Wasser reingefüllt. Also ganz wenig Wasser, so vielleicht zwei Esslöffel. Und dann habe ich geschüttelt und das auch nochmal in die Nussmischung rein. Ja, und jetzt ist die schön saftig hier. Lässt sich gut verteilen. Ja, kommt jetzt hier drauf und dann ab in den Backofen. Da prägt jetzt gerade unser Abendessen. Das heißt, vorgeheizt ist der auch schon. Gleich tausche ich das, dann hole ich das Hühnchen raus und ja, dann geht der Kuchen rein. So ist das heute. Da muss man auch gleich ein bisschen gucken, bis man Energie spart. Ja, und dann heißt es jetzt erstmal Küche aufräumen. Dann bei der ganzen Kocherei habe ich natürlich ganz schön viel hier an Geschirr verbraucht. Da steht jetzt das ganze Dreckige, was jetzt hier gleich in die Spülmaschine muss. Ich räume jetzt die Spülmaschine aus und dann mache ich hier mal die ganze Arbeitsfläche sauber. Finde ich auch immer wichtig, dass man zwischendrin immer mal wieder sauber macht. Hier sieht es aus wie bei Hempels. Aber das bleibt nicht aus, wenn man viel selber macht und selber kocht. Und den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt ist. Hier das Brot. Da noch Tee gekocht. Nebenbei trinke ich natürlich auch viel. Das heißt, mein Getränk mit Vitaminen steht auch noch hier. Und der Tee steht hier. Der Johanniskraut-Tee. Also es muss jetzt alles mal aufgeräumt werden. Tata muss gemacht werden. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie ich diese leckere Schokocreme herstelle. Also Nutella für gesundheitsbewusste. Ich habe ja diesen Mischmus gekauft. Ich habe dann ein bisschen Blütenhonig. Und zum Süßen nehme ich aber zur Hälfte auch dieses Stevia-Erythrit-Pulver vom Edeka. Und ansonsten halt normales Kakaopulver. Ganz normales, was man auch zum Backen nimmt. Ja, und aus diesen vier Komponenten rühre ich dann in so einer Schüssel diese Schokocreme an. Die hält ja dann auch, bis man sie aufgegessen hat. Und lege ich dann einfach immer so ein Brett drüber. Und ja, wir bedienen uns dann daran alle. Super lecker und viel gesünder als Nutella. Diesmal hatte ich die spontane Idee, noch so ein bisschen Spekulatius-Gewürz dazu zu tun. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Cremig, wie Nutella. Auch süß, aber viel gesünder. Eben einfach nicht so viel Scheiß drin. Entschuldigung, dass ich es sage, aber es ist wirklich viel gesünder, sich sowas selber zu machen. Als so ein fertiges Gelump zu kaufen, wo so schlechte Fette drin sind und so. Ja, das ist unser Nutella. Wird dann abgedeckt und kann man sich dann auf das selbstgemachte Brot drauf tun. Wow, lecker! Der Nusskuchen ist richtig gut geworden mal. Also der Boden ist krümelig, aber der hält zusammen. Ja, und das ist viel gesünder als die Nussecken vom Bäcker. Richtige Nüsse drin und der duftet nach Vanille. Hammer! Weil ich da so ein bisschen Vanille rein habe. Also, sehr empfehlenswertes Rezept. Ihr habt ja gesehen, was ich reingetan habe. Super, super lecker. Jetzt rufe ich mal die Kinder. Juhu! An einem anderen Tag gab es dann noch die Rindersteaks zusammen mit Kartoffeln aus der Heißluftfritteuse und Kichererbsen Tomatensalat als Nachtisch Nüsse. Ja, das ist auch so ein typisches Gericht, was meine Kinder gerne essen. Und an noch einem anderen Tag gab es selbstgemachte Schupfnudeln mit Paprika, Hackfleisch. Ja, auch sehr viel Eiweiß hat das Ganze. Dazu gab es Obst als Nachtisch. Und über das Obst mache ich mir dann meistens so einen Hakebuttenpulver. Wie man dieses Hakebuttenpulver kostenlos herstellen kann, erfährst du in einem meiner anderen Videos. Ja, also auf jeden Fall super viel Vitamin C hat das Ganze und ist super, super gesund. Wie gesagt, die Hakebutten, die hängen ja kostenlos überall an den Sträuchern. Also gerne mal nachmachen. Ja, und das war es jetzt auch schon. Ich habe euch jetzt einfach mal einen kleinen Einblick gegeben. So, das war es mit meinem gesunden Kochvideo für heute. Ich hoffe, ihr schaut bald wieder rein. Vielleicht gibt es auch bald mal wieder ein Naturvideo draußen. Im Moment ist das Wetter da draußen ja ganz schön trüb. Also viel mehr als kochen, ein Buch lesen und Musik machen kann ich gerade auch nicht. Deswegen mal wieder ein Video aus meiner Wohnung, die ich mir aber jetzt auch schon schön grün gestaltet habe, damit ich auch bei diesem Schmuddelwetter ein bisschen gemütlicher habe. Ich wünsche euch eine gemütliche Novemberzeit, Leute. Viel Spaß beim Nachkochen. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaut rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.